moin moin mein lieben leute der seichten unterhaltung ich möchte mich an dieser stelle persönlich bei meinen abonnenten dafür entschuldigen für das video was ich da gestern abgelassen habe das war ein äußerst dummer großer fehler meinerseits ich werde zusehen so ein murks nicht normal zu machen denn letztendlich möchte ich nicht so enden wie dieser drachen lord denn ja wir wissen ja was dabei passiert also wie gesagt in dieser form entschuldige ich mich persönlich bei allen meinen abonnenten und so ein murks wird von mir nicht wiederkommen ich würde natürlich weiterhin meine art der videos machen aber nicht das was ich gestern fabriziert habe das war absoluter super schrott meinerseits ich bedanke mich auch in dieser hinsicht an zwei abonnenten die mich darauf hingewiesen haben das war wie gesagt einfach nur scheiße also in dieser hinsicht dankeschön und das wird so nicht wieder passieren also schönen tag wünsche ich euch noch